Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sagtest du, eine Million? Mindestens. 31 Meilen außerhalb von London stoppte eine Bande maskierter Männer den Zug und beraubte die Geldwaggons um 2.631.784 Pfund Sterling. Von den Tätern wurden elf gefasst und zehn zu Gefängnisstrafen bis zu 30 Jahren verurteilt. Bisher konnte Scotland Yard nur ein Achtel der Beute, rund 336.000 Pfund, herbeischaffen. Es war einmal ein Bürger ihrer Majestät, der Königin von England. Anstatt wie andere auch, durch Lotterie oder Glücksspiel, den Versuch zu wagen, das Schicksal zu korrigieren, verfiele auf die perfide Idee, ganze Waggonladungen von Geld in die eigene Tasche umzuleiten. Weil ich Ritchie um ein Haar gefasst hätte. Ja, um ein Haar. Seit drei Jahren fassen wir ihn um ein Haar. Wenden wir unser Augenmerk dem Manne zu, der rastlos im Dienste der Gerechtigkeit tätigt. Jetzt weiß ich, wo ich Ritchie zu suchen habe. Die unverdienten Träume vom süßen Nichtstun zerstören will. Superintendent James Hooper von Scotland Yard. Er brachte sie alle hinter Schloss und Riegel. Seine Helfershelfer, die ganze Bande. Nur ihn, den Kopf, den Gentleman. Den hetzt Hooper immer noch vergebens, rund um den Globus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017